Hallo und herzlich willkommen hier zu Koffer im Kanal. Ich bin wieder in Minecraft-Dono und heute zeige ich euch, wie ihr auf der Playstation zoomen könnt. Das gilt jetzt nur für Playstation-Spieler. Ich weiß nicht, ob es auf der Xbox funktioniert. Auf jeden Fall müssen die Playstation-Spieler, wenn sie zoomen möchten, auf die PS-Taste und dann am besten auf die Viereck-Taste drücken. So funktioniert es. Also PS-Taste und dann Viereck. Dann zoomt ihr etwas im Bildschirm heran. Das funktioniert nicht nur bei Minecraft, sondern auch im Playstation-Menü oder in anderen Spielen. Also ich wüsste jetzt keins, wo es nicht funktioniert. Ihr könnt dann mit beiden Sticks im gestoppten Bildschirm quasi euch umsehen. NPCs und andere Spieler können sich dabei aber frei bewegen. Ihr euch leider nicht. Ihr müsst dann wieder Kreis drücken, um wieder zum normalen Bildschirm zurückzukommen und könnt euch dann wieder frei bewegen. Das war es erstmal mit dem kurzen Video und ich hoffe, dieser Tipp hat euch ein bisschen geholfen. Und ich sage wieder, ciao bis zum nächsten Mal.